Herzlich willkommen zu der Folge FischkoppTV, hier ist der Fischkopp und was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht ja komisch aus, sagt ihr, sag ich auch, hab ich auch erst gedacht. Und dann hab ich's gesehen, guck mal hier, das ist das Menü, das Spiel heißt Anti-Chamber oder Anti-Chamber, wenn man das so aussprechen möchte. Hier sind wie gesagt die Optionen, hier sieht man wie man läuft und so, Hold to Walk, also das Shift hier auf Space, springt man, Left Mouse, Interact, also Sachen machen und sich umgucken. Hier läuft eine Uhr ab, anderthalb Stunden, keine Ahnung was das bedeutet, wahrscheinlich ist das die einzige Zeit, die ich habe, weil hier darunter steht, hier mit Save Game und so. Und los geht's, hier, auf diesem Ding, da muss man klicken, Jump, Click to Travel, los geht's. Okay, ich übersetze, Jump, springen, wir wollen springen, oh, 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 was ist das denn hier? Ja, guck mal, man muss gar nicht, ab, ab heißt hoch, ähm, wir müssen gar nicht hier springen, wir können auch hier lang, glaub ich. Wie denn? Space, wiii, geht nicht, schade, ich dachte, wir können jetzt hier hoch. Okay, Interact mit der linken Maustasse, kann ich nix machen, abgefahrenes Spiel, ne, abgefahrenes Spiel, sieht total cool aus. So, mit Shift gehe ich, wir wollen ja nicht gehen, wir wollen sprinten, oh, hoppa, oh nein, das geht nicht, wir müssen runter, okay. Wasser, das klang nach Wasser. Oh, hört ihr das? Möwen? Möwen, ich höre Möwen. Klick hier. Jo, aber wenn ich da drauf drücke, dann fällt das Schaf runter, oder was? Was ist denn hier? Ich will auch nicht drücken, ich kann erstmal hier gucken. Wollen wir erstmal gucken? Oder soll ich da drücken? Ich geh erstmal gucken. Ich geh erstmal gucken, was hier abgeht. Was ist hier? Klick hier. Also jetzt bin ich ja fast, ne, ich geh nochmal zurück, ich will mal gucken, was passiert, wenn man das Schaf drückt. Da könnte ja was lustiges passieren. Vielleicht springt irgendwo dann ein Schaf runter und dann hört man so Möö. Oder so. Klick hier, komm. Failing to succeed does not mean failing to progress. Ähm. ok ok also es heißt wenn wenn man jetzt das nicht schafft irgendwas zu machen heißt das nicht unbedingt dass das das nicht weitergeht irgendwie so habe ich das verstanden klick hier was passiert was samt es erklärer denn others okay manche manche wege sind doch klarer als andere zum beispiel und das habe ich das kenne ich glaube ich aus der demo jetzt ist so du kannst den blauen oder den roten weg nehmen es ist ja ordentlich rot zieht mich auch ein bisschen an wegen der roten gefahr gehen wir da jetzt aber blau sieht irgendwie einladender aus lass uns mal hier hochgehen okay was ist jetzt hier wieder blau was das hier choice maybe as simple as going left or going right ja auswahl kann so simpel sein wie links oder rechts gehen wir gehen mal wieder rechts was passiert hier jetzt wenn wir wieder rechts der choice ein bisschen okay dann sind wir wieder zurück da wo wir vorhin waren mal gucken ob das jetzt noch mal so passiert bin ich jetzt wieder ja sieht ganz danach aus das heißt ich kann jetzt eh nichts machen außer den roten weg nehmen wo komme ich dann hin jetzt bin ich zwar wieder hier aber das ist gar nicht hier weil das was anderes weil wenn ihr return to where you have been things aren't always remembered und dahin geht wo man schon war es ist nicht immer unbedingt so wie man das jetzt in erinnerung hatte ja das sehe ich ja jetzt 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 oh 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 jetzt ist ja aber eine bunte party du ist alles anders es ist alles anders als ich dachte so jetzt ist was ist jetzt hier hier ist jetzt so ein laser kann mich aber nicht docken ich kann mich nicht daran erinnern dass eine die taste gibt zum docken gehen wir mal durch okay noch mal nichts passiert escape some choices leave us running around a lot without really getting anywhere ah okay escape ich habe escape gedrückt go here again okay walk wieso gehen und was ist jetzt hier ist irgendwas anders nein aber der walk das heißt gehen nicht springen okay dann gehe ich jetzt ob du das gesehen habt ihr das gesehen da war auf einmal boden crazy so hier sind immer diese komischen bilder taking the first step can be harder than the rest of the challenge erster schritt schwerer als der der geschichte hier jetzt jetzt mich jetzt hier so ein loch loch gemacht ein loch aufgetan aber mal hier ist irgendwas mit liebe unterwegs und auf den fallen to things when we last also we often fallen to things when we least expect ja wenn wir sie nicht erwarten fallen wir rein die sachen geht es noch weiter runter oh ja scheint so aber eigentlich wollte ich noch weiter oben was gucken oh oh okay hier rüber zack ich komme nicht hoch ne hier komme ich nicht rüber scheiße scheiße dann lass uns mal hier hier rüber auch hier kommen wir erst recht dort sich die treppe materialisiert damit habe ich nicht gerechnet was ist das hier ist das ein pömp oder ist es ein berg small steps can take you great distances aha kleine schritte könnte ich ganz weit bringen ganz nach oben dich mache ich zu dem star okay aber hier komme ich nicht hoch interessantes spiel eigentlich bis jetzt ich finde es spannend was ist hier ein gulli warum da ist was passiert was ist da passiert und ach so dass das fährt zurück wenn ich da drauf springe wenn man rauf geht geht es auch schon ein bisschen zurück wenn man darauf springt oh ja das ist ein trampolin das ist ein trampolin kevin geht da weg das ist gefährlich das trampolin wow geil okay warte warte oh schon wieder liebe gut looks out of reach may only be a few steps so was so weit weg scheinen kann doch wieder nah dran sein so ähnlich ich übersetze mal ein bisschen freier ups trockener hals tschuldigung kommen wir hier durch kommen wir hier durch kommen wir hier kommen wir hier vielleicht kommen wir da durch nein okay auch nichts pass auf hier das sieht gefährlich aus aber wenn es rot ist jetzt angst vor mir was war das okay ich höre tauben ich weiß nicht was ich da jetzt richtig oder falsch gemacht habe ich keine ahnung was ist das hier wenn ich das drücken nein was dahinter nix okay auf straight forward und ihr wege sind ganz gerade ganz gerade vorwärts oh shit hier geht es weiter ja das leben pusht uns in die richtige richtung ich kenne das aber nicht vom leben aber wenn ihr das sagt äh die end das wäre ja krass wenn das das ende wäre äh warte mal äh warte mal äh äh warte mal äh äh ich muss da rüber springen oder was ne ich muss nicht ich hätte einfach gehen müssen verdammte kacke jetzt bin ich wieder hier ähm okay dann laufen wir doch einfach mal durch den dunklen gang und kommen wieder dahin wo es rot und blau war ne warte so dann wieder zurück dann ist grün jawohl dann wird es hier gelb gleich dann sind wir wieder hier wo es ja genau dann sind wir wieder hier machen wir auf danke machen wir auf oh escape okay dann ah ach mit escape können wir rumreisen geil okay dann lass uns doch mal hier runter gehen äh 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 okay jetzt müsste hier das noch nicht sein aber wenn man jetzt hier hingeht dann ist das okay und jetzt hier nicht springen sondern gehen äh äh hier bildet sich dann eine wand oder was oh shit nicht springen sonst geht der Boden weg oh nein okay aber wir können ja äh äh aber ah ach hier sammeln wir diese Schilder oder was so geil und wenn ich jetzt da drauf drücke sind wir groß so pass straight forward okay ähm gut damit wollten sie uns aber bestimmt was sagen ne he 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 okay lass uns erstmal hier reinspringen weee weee so dann hier life has a way of pushing us in the right direction okay dann gehen wir jetzt hier geradeaus dann entsteht die wand dann gehen wir nach links da entsteht die wand nicht mehr okay ah ah oh yes weil ich so schlau bin und hier ist ein Hase how we perceive a problem can change every time we see it okay okay e l i e f l i f l i f l i e l i live life life Tür Leife Okay Das Auge hat ja am Anfang auch nichts gemacht Gucken wir mal Aber nein Was war Ah Wenn ich da nicht hingucke Es ist auf Geil Weil ich so schlau bin Hier ist noch ein Bär A few steps backwards Might keep you moving forwards Okay das war's nicht Also reingehen Oh shit Okay jetzt ist das Das ist wo ich herkomme Das ist aber weg Jetzt kann ich hier hin Und wenn ich hier da hingucke Ah ja Ne Nichts passiert Was ist hier A window of opportunity Can lead to new places If you are willing to take a closer look A window of opportunity Okay pass auf Oh Jetzt wird's Jetzt wird's langsam kompliziert Hier ist sowas Ach du Scheiße Ach du Scheiße Wenn ich da durch gucke Sehe ich das oder was Was ist Oh was ist hier Ach du Kacke Und was war hier Hier ist einfach nur zurück Aber nicht zurück Und wenn ich da durch gucke Dann ist das so Und jetzt ist grün Eben war noch blau Und jetzt können wir das rosa machen Ne Oh geil Haha Ne zwei oder was Und wieder blau Okay Damit Kann ich die Räume ändern Ich verstehe Wenn ich es einmal ganz gesehen habe Ah ja 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 Ich hab's verstanden Und jetzt ist es blau Obwohl ich das nicht wollte Ich wollte es rot haben So jetzt ist es rot Jetzt ist es aber kein Durchgang Ich verstehe die Richtung Dann müssen wir es blau machen Oh hier lang Und lass uns doch mal gucken Was hier ist Hier gucken wir eh nicht durch Was passiert hier Oh Oh Hier sind Fenster Da kann ich nicht rausgucken Geil, die Geräusche aber Hier geht's weiter Hier sind Fenster Und ich nicht rausgucken Ne Finde ich cool irgendwie Finde ich cool das Spiel Warte Oh jetzt wird es aber Duster Jetzt wird es aber Zappen Duster hier Muss ich lang Muss ich lang Ich seh nichts Muss ich rückwärts gehen Fenster Da muss ich lang Okay Ich gehe mal rückwärts Weil ich sonst nichts erkennen kann Ob sich irgendwas ändert überhaupt Fenster Ausgang Das Bücher hier unten wieder Oh nein Hier ist noch was Hier ist noch was Look a little harder And you will find a way forward Wie ich soll suchen oder was Ist hier irgendwas oder was Muss ich jetzt wieder zurück gehen Ne das ist doch Ach hier hätte ich auch lang gehen können oder was Ganz am Anfang gleich Ah jetzt hab ich mich Jetzt seh ich nichts mehr Wo muss ich denn Ah ich muss rückwärts laufen Ja das finde ich jetzt doof Wollte ich dachte da geht's weiter Jetzt bin ich wieder hier gelandet oder was Ne ah ah Aha Hier geht's noch weiter Ah shit Okay ich guck mich gerade um und seh gar nichts mehr Hier ist ein Pfeil Da ist ein Fenster Dann gehe ich mal rückwärts Damit ich auch sehe Ob sich überhaupt was verändern in der Welt Ah 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 noch ein Fenster Ich gehe wieder rückwärts Ich guck mich einmal um Hier ist doch was Hier ist doch was Könnt ihr das sehen? Ah Warte Was ist das denn? Venturing into the unknown Can lead to great rewards Okay also wenn man irgendwo reingeht Wo man nichts sieht Dann kriegt man Dicke Eier Was ist das? Ist das ne Waffe? Ist das ne Waffe? Ist das ne Ist das ne Waffe Oder vielleicht ne Portal Gun Was ist hier los? Die Enden kann kommen Bevor wir bereit sind Zu kommen Exit Eine Stunde 15 Bleibt noch Was ist hier für ne Tür? Oh Soll ich schon mal Exit machen? Life isn't about getting to the end Ah da geht's gar nicht durch Haha die haben mich verarscht Die Schweine Okay der Weg ist das Ziel Ich verstehe schon Ich verstehe schon Ihr scheiß E-So-Fotzen Ähm Was Muss ich tun? Warte mit Was Was Äh Warte Wie Achso Sowas? Yes Okay At times We need to view The word From someone else's perspective Ja genau Andere Perspektive Von jemand anderem Jetzt würde ich aber wahnsinnig gerne Diese Portal Gun Da kriegen Warte mal Wenn ich jetzt hier nicht hingucke Ist es dann auf? Nein Und Ja da ist ein Pfeil nach da Das ist ganz toll Da muss ich durch so ein Ding gucken Aber Achso ich muss da hinkommen Wo das so Rotschwarze Da Da muss ich hin Hier ist ein Fenster Da hinten ist auch noch ein Fenster Da kommen wir auch noch nicht hin Fenster Ich nenne es mal Bullauge So Wo geht es denn jetzt lang? Wenn ich jetzt hier drauf gucke Nein Ah Oh shit Yes Okay ich habe irgendein Ding Try hard enough And you will get to where you wanna be Ähm Was mache ich denn? Ah Rechte Maustaste Macht irgendwas Was macht das? Das schießt ne? Das schießt ne? Das macht kein Geräusch Aber es schießt Rechte Maustaste Ach jetzt habe ich das weggebaut Und kann es nochmal neu hinbauen Linke Maustaste Ah ja Ah Ah ha 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 Ah ja Okay ich habe es Hier war es sogar noch erklärt Aber ich bin zu schlau dafür Ich nehme mal das Klötzchen mit Aber ich kann es nicht da hinten hinbauen Schede Was ist mir jetzt? Achso Hier Einfach so Yes Oh yes Some doors will open Close unless we hold them open Hä? Some doors will close Achso We'll close Okay Okay Ähm Was hieß dies hier? Da kann ich dies rausnehmen Und hier wieder rein tun Okay das war ein bisschen zu leicht Leute Das war ein bisschen zu leicht Okay können wir den Klotz hier noch mitnehmen bitte? Ah 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 Okay haben wir Können wir hier nochmal gucken Es ist schwer zu progressen If you're leaving things behind Ja es ist schwerer weiterzukommen wenn man Sachen irgendwo lässt Ja aber ich habe den nicht dagelassen weil ich schlau bin Lala Oh Oh nö Oh nö Oh nö Kaputt Geht nicht Was Was Hä? Aber wenn ich ihn mitnehme Dann ist doch hier kacke Arsch Wie soll ich das denn Wie soll Achso Oh nö Hä? Ähm Ich habe eine Idee Jetzt gut Jetzt habe ich ein bisschen klug gescheitert Weil ich dachte Aber nö Ich kann den ja nicht mitnehmen Sonst komme ich hier nicht durch Sonst komme ich hier nicht durch Habe ich mal Können wir hier noch Ne Da ist auch keiner mehr Scheiße Scheiße Worte Worte Idee Idee So Den mitnehmen Hier hin tun Zack Zack Ah Ah Das ist zu hoch Ah 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 Okay Dann den hier rein tun Ah Shit Zu weit gesporen Ah 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 So Den nehmen Da oben hin klotzen Den nehmen Da oben hin klotzen Den nehmen Ah Nee Ist alles gut Den da hin klotzen Den Ah Okay Da muss ich mir noch mal was überlegen Da muss ich mir noch was überlegen Warte 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 Okay Wenn ich jetzt den da hin tue Dann ist hier alles kacke Arsch Das heißt War da hinten noch einer War da hinten noch einer Lass uns den mal hier hin klotzen Den brauchen wir nachher Dann nehmen wir den nochmal mit Dann kommen wir hier und so Nee Wir kommen jetzt gar nicht mehr zurück Wir kommen jetzt gar nicht mehr zurück Warte 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 Scheiße Na ja gut Dann muss das ja so sein Ich hoffe Jetzt bin ich ein bisschen Ich bin ein bisschen traurig geworden Merkt man das Bin ein bisschen traurig geworden Okay pass auf Sowas Aber das kann es ja auch nicht sein Ne Das kann es ja auch nicht sein Weil wenn ich hier das hin tue Dann ist das ja hier kacke Arsch It's order to progress If you're leaving It's behind Ja aber da hinten komme ich jetzt nicht mehr hin Außer ich Porte mich Aber dann Also hier den jetzt wegzunehmen Macht ja gar keinen Sinn Oder mach ich den Ah Ah Yes Okay den nehme ich lieber mit Wollt hier schon Ja 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 genau Hier ist schon wieder Action Aber ich konnte nur einen mitnehmen Ah jetzt bin ich falsch gelaufen Was ist denn hier Egal Lass uns mal hier gucken Okay es gibt mehrere Mittel und Wege und Arten Hier eine Situation anzugehen Aber wie wir das hier im Speziellen machen werden Das erfahren wir erst in der nächsten Folge Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Gerne einen Daumen hoch Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge Das war euer Fischkorb Tschüss Tschüss